Genau in diesem Moment befinden sich weltweit über eine Milliarde Menschen auf einer E-Learning-Plattform. Wir haben die Möglichkeit, unsere Interessenten zu multiplizieren. Die Verdopplung seines verfügbaren Einkommens ist möglich. Die Möglichkeit, deine Kunden, deine Geschäftspartner zu betreuen, entstehen Empfehlungen und diese Empfehlungen sind wiederum neue Kontakte. Und so schließt sich der BEMA Erfolgskreislauf. Die meisten, die zu uns kommen, haben Wünsche. Deshalb machen sie nebenberuflich was. Wir verändern die Dinge nicht. Wir rücken sie nur ins richtige Licht. Und denk immer daran, das ist ganz wichtig, bei jedem Wort, was du erzählst, was der Kunde nicht versteht, entstehen Fragezeichen und letztendlich Verunsicherung. Also versuche es knapp zu halten. Wenn er es haben will, wird er es kaufen. Und deswegen bring es einfach auf den Punkt. Dann geht es weiter. Man fängt an, es laufen zu lernen. Das klappt natürlich nicht sofort beim ersten Versuch. Und man fällt es erst mal auf die Nase, tut sich weh und sagt sich, hoppla, das ist ja doch gar nicht so einfach mit dem Laufen. Die Zukunft verspricht spannend zu werden. Warum? Die Zukunft ist der Ort, wo sich keiner auskennt. Aber die Zukunft ist auch der Ort, wo die meisten zusammenkommen, die sich ständig weiterentwickeln. Und ihr habt die ideale Möglichkeit über Seminare von BEMA, Coachings von BEMA und über die BEMA Online Akademie. B-O-A, BEMA Online Akademie. Da könnt ihr euch zukunftstauglich machen. Ich freue mich auf euch.